Was ist wichtig, dass wir aufgrund von Corona und aufgrund von Social Distancing mit Masken gearbeitet haben und über online ganz viele Leute erreicht haben, die sich zugeschaltet haben. Und wir haben immer wieder unsere Masken abnehmen können, dass eben die Botschaft trotzdem rüberkommt. Freiheitssensivende Maßnahmen in Corona-Zeiten dürfen nicht automatisch angewendet werden und bedürfen eines noch genaueren Hinsehens, weil wir ohnehin schon sehr viele Einschränkungen haben. Es war der zehnte Fachtag. Die Werdenfelser Weg gibt es seit 2007. Zehn Fachtage ist natürlich schon ein Meilenstein und wir sind nach wie vor motiviert weiterzumachen, weil auch heute wieder fast 250 Leute sich beteiligt haben, auch ganz neue Leute, die dabei waren und die Interesse haben an dem ganzen Thema. Wir haben tolle Referenten, die uns mitteilen, dass es noch lange nicht erledigt ist, das Thema und dass wir weiter dranbleiben sollen und nicht nachlassen. Motivation. Schluss. Ende. Und jetzt ein paar Stunden, bis jetzt in der Mitte Zeit machte ich das bisschen weiter und久st und jetzt in der Mitte Zeit euch dabei das machen. Leute, bitte. Andern, was ihr da, was ihr da? Untertitelung des ZDF, 2020